Töte das Ziel. Ah ja. Eine Toilette. Bam. Ich kille eine Toilette, was soll das denn? Keine Ahnung. Yo Leute und damit willkommen zurück zu Saints Row 4. Ja, wieder mit dabei, wie immer, der Johnny4Veet. Hallo. Und meine Wenigkeit, das ist ein Dusblack. Ja, der ist immer dabei. Muss ja sein. Ich stimme ja auch auf. Ach ja, wo denn rennst du? Dann war ja gleich. Irgendwie war das gerade klar. Penner. Der Penner. Der Penner hat... Der Penner hat... Und ich weiß nicht, wenn ihr das Video seht, vielleicht... Arschloch. Das wollte ich gerade holen. Ich bin gerade nur zu blöd gewesen, da hochzukommen. Nee. Wenn ihr das seht, dann wird das wahrscheinlich schon sein. Und zwar wird Johnny dann später auch auf meinen Kanal mit Videos hochladen. Genau. Kannst du dann ein bisschen dazu mal was erzählen, wenn du willst. Ja. Also ich... Der Zantos hatte mich gefragt, ob wir halt mal was zusammen machen wollen, was halt damals Saints Row betraf. Und dann habe ich halt mal gefragt, wie sieht es eigentlich mit aus, ob ich da mit auf dem Kanal auch was hochladen darf. Ja, und dann hat er ja gesagt. Und so mache ich halt mit ihm ein paar Videos zusammen und lade auch oder was hoch. Und ja, ich werde mal so ankündigen, dass ich mir FIFA 14 hole für den PC. Und dass ich dann da Ultimate Team spielen werde. Und wenn ihr, also die Abonnenten, Bock habt, können wir auch gegeneinander spielen, falls ihr dann FIFA 14 auf dem PC habt. Jo. Genau. Töte das Ziel. Ah ja. Eine Toilette. Bam. Ich kille eine Toilette. Was soll das denn? Keine Ahnung. Ich habe so ein komisches Ding genommen. Geh weg. Hey Toilette, wo bist du? Ach da oben. Komm her. Hier im Leben. Autsch. Bist du mich verarschen, dumme Toilette? Ja. Boah. Boah, das ist Drecksfien, ne? Ach sind das diese gelben Kübelchen oder was? Boah, ich bin gleich tot. Thomas lässt sich hin abballern. Boah, ich von gar nichts. Nur die Toilette schießt die ganze Zeit auf mich. Und die haut von mir ab. Was ist hier denn für eine Toilette? Ich habe da so ein komisches Ding angenommen. Bam. Erledigt. Ne, doch nicht. Jetzt aber. Ziel eliminiert. Hab Kohle bekommen. Guck dir mal das Auto an. Wo kam das denn her? Wer ballert denn da? Da ist noch eine Toilette. Dummes Drecksding. Hast du was? Da, guck mal. Hinter dir irgendwo. Keine Auto suchen musst. Ne, da war irgendwo eins eben. Lass mal einen Auftrag machen. Findest du? Was findest du? Auftrag? Ah ja, keine Ahnung. Wir müssen einen Laden hacken. Hm? Wir müssen einen Laden hacken. Okay. Da müssen wir hin. Weißt du warum ich die Stimme nicht höre? Weil ich über meine Boxen ja angeschlossen habe. Und da habe ich Dolby Savant eingestellt. Okay. Deswegen höre ich die Stimmen meistens nicht. Was so? Aber ich hecke mal den Laden für uns, ne? Ja. Findest du? Ja. Bam. Zack. Fast ins Wasser reinnehmen. Muss jetzt in den Laden hacken. Oh Mann ey. Autsch. Was sollte das? Jetzt kommen wir ja an den Gegner. Ja. Jetzt draußen sind die Gegner. Stirb. Der haut noch flogen sich. Tschüss. Bam. Und zack. Ey. Was sollte das eben? Die Bullen noch im Wagen drin. Und dann schieß ich die. Äh. Kick ich die erstmal weg. Flieg. Oh. Bam. Was sollte das eben? Warum hast du das Auto auf mich geschossen? Was ist das denn hier oben? aus diesen portalen kommen aliens raus flieg klatsch das ist so geil das spiel echt sterb wir müssen mal das scheiß portal kaputt machen hast du schon das müssen wir einfach toll ich bin schneller ich kann nicht mit stellen und kann überspringen so geschafft hecke den dann ist klar text adventure ok was ist das denn ach so zerstören um zusätzlich p zu kriegen ach ja hast du mich gerade gehauen nein aber ich gehe jetzt hier oben hoch und mache mal das rote teil hier weg findest du eine hart pistole findest du alles ja hab ich mal kurz umgezogen nachher das mal ist die rote kuppel ja ja ich bin schon auf weg nach oben und wieder runtergefallen ich bin wieder oben ich bin eben runtergefallen meint ich die sind ja überall die scheißaffen bei mir packt er gerade so ein bisschen rum bei mir packt er gerade so ein bisschen rum spielpause hast du gemacht ich fliege gerade in der luft kannst zeit vielleicht hast du irgendwie sprungtaste verpackt oder so nein habe ich nicht und spiel mit tassiatur boy und mein speicher jemand ganz kurz und dann laden wir noch mal neu die flucht ich habe doch gespeichert zehn prozent waren das eben speichert sich jetzt aber noch mal was hast du gemacht bin doch bei dir im spiel ja kann sein dass wir das auch gleich noch mal machen müssen dann kann sein jetzt muss ich dich wieder einladen ja habe ich alter ich drücke immer shift nicht shift tap ach ja wo waren die dämlichen kuppe jetzt eigentlich da müssen die quest müssen nicht noch mal machen weil wir die schon erledigt hatten da müssen wir gucken wo die karte wo ist mit kommt der bulle mit einmal her ich springe hier nur durch die gegend ja du musst mir hinterher dann so die falsche richtung er ist schon richtig wo er geht achso nicht nach unten gucken wo ich gerade bekommen boi ach da ist ja natürlich hat das wasser eben natürlich hat das wasser eben wo schießen die denn wo schießen die denn von da von überall ach da ist so ein wachtturm ne doch nicht jetzt kommen auch noch die bohlen ich bin recht hoch ja ich bin recht tot warum auch immer ich verstecke mich kurz hat gerade gespeichert wo kam der wichser denn jetzt hier scheiße ich bin tot wenn ich jetzt zu dir auch kommen bin ich auch gleich direkt tot da stand damit einmal der wichser dankeschön wir stehen hier echt überall die affen kann wunder dass man hier andauernd verreckt ja kann wundern wenn jetzt diese scheiß portale sind du bist auch gleich tot ne war voll in die haja kann sie doch auch ein kannst du doch auch ein fliegern ich weiß toll da wagt einer im boden da waren zu viele eben ich habe vergessen dass man die ein frank blöd hat sieg der manne und hast du ja auch verpeilt dann na ja na ja welle welle 1 welle 1 wir müssen töten die die jetzt hier alle auftauchen ja schön ich bin grad noch am sagt kaufen noch was ich doch nicht ne sag ja 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 das war ich nicht Okay. Und zack.